Hallo! Lass mich mal kurz was überprüfen. Gib mir ne Minute. Ja, du bist die Frau die ich gesucht habe. Ich will das Geld von dir eintreiben. Du bist die Frau die der Kriegergilde Geld schuldet. Da habe ich wohl den Wald vor lauter Bräuten nicht gesehen. Gute Taktik, werte Dame, aber du bist enttarnt. Und ich habe versucht dich schon zu bereden, beglabern, das war nicht sehr gut, aber wir versuchen es einfach nochmal. Uhuhuhuhuhu. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Ja, ich denke ich kann mit dir nicht reden. Ja, okay, aus meinen Augen. Okay, okay. Eine Sache, die ich noch nie gemacht habe, ist die Stimme des Kaisers. Werde ich jetzt mal einfach benutzen. Wollen wir doch mal sehen, ob du mich magst oder nicht. Okay, ich habe dich wieder auf zwölf hochgebracht. Ja, ich denke nicht, dass das funktioniert hier, was ich versuche. Ich kann die Frau bestechen mit Geld, damit sie mir Geld gibt. Ich kann dich auch erstmal nach dem Geld einfach so fragen. Ich sehe nicht, warum euch das etwas angehen sollte. Ich spreche über diese Dinge nicht gerne mit einem Fremden, geschweige denn mit jemandem, den ich kaum kenne. Ja, mit dir habe ich es mir versaut. Ich will diese Quest machen. Ich will diese Quest machen. Okay, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ups, hallo. Stehst du immer so nah an anderen Leuten? Ich brauche Hilfe bei dieser Quest. Wie kriege ich das hin? Ich meine, ich könnte sie töten. Das wäre natürlich keine Lösung, die ich mag. Oh, du hast mich wirklich. Ich versuche einfach nochmal zu bewundern und zu bewundern und zu bewundern und zu bewundern. Ah, das hat zwei miteinander geklappt. Also wenn ich das oft genug mache. Jetzt redet sie mit mir gar nicht mehr, oder? Ich besteche dich? Ah, okay, du nimmst mein Gold nicht. Ja, dann nimmst du es doch. Oh mein Gott, ich habe die Quest versaut. Ich habe die Quest versaut. Was soll ich tun? Okay, ich werde einfach nochmal zum Schmied gehen und was völlig anderes tun. Jetzt weiß ich immerhin, welche Frau ich suche, welche Frau es ist, welche Frau ich überzeugen muss, mir Geld zu geben, aber ich will meine Sachen reparieren lassen. Und wenn ich sage reparieren lassen, meine ich, ich will sie selbst reparieren, auch wenn das ewig dauert und viel mehr Gold kostet. Ja, das wären hier, äh, das geht, glaube ich, also das wäre bezahlbar, aber ich will selbst machen. Und zwar, ja, wahrscheinlich des Leer, ja, des Gesellens ist, glaube ich, die Variante, die mir am besten gefällt. Ich nehme einfach mal alle für 190 Gold. Und dann werden wir jetzt gucken, wie weit wir mit zehn von den Schmiedehämmern kommen. Ob ich die Hälfte meiner Ausrüstung reparieren kann oder vielleicht weniger. Einfach von oben angefangen, das wird schon gehen. Ist auch eine sehr altertümliche Art, das zu machen, wenn ich das gerade so betrachte. Oh, Schmied hat sich erhöht um eins, das heißt mehr Stärke beim nächsten Level ab. Deswegen mache ich das überhaupt auf die Art und Weise. Da kann ich ein bisschen Gold ausgeben und bekomme dafür Skill-Punkte. Und ich habe vielleicht noch ein paar Hämmer übrig, wenn ich hier fertig bin und kann unterwegs nochmal hämmern. Ja, ich kann unterwegs nochmal hämmern. Oh, noch ein Punkt in Schmied. Wunderbar. Ich fange mal hier mit an. Anscheinend will der Stahl-Langbogen nicht wirklich. Okay, keine, keine Hämmer mehr für mich. Dann gibst du mir, oh, du hast mehr davon. Okay. Gib mir nochmal vier. Und dann machen wir weiter. Fangen wir mit dem Stahl-Turm-Schild an. Das ist der Erste. Gut. Zweiter und der Stahl-Langbogen. Der will noch repariert werden. Ist ja fast meine Lieblingswaffe. Oh, gut, 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 gut. Ja, ich bin immer noch hier. Ich bin schon wieder hier. Ich habe mich in eine Sackgasse gespielt mit der Frau. Endlich mal Tag. Endlich mal hell. Endlich mal schönes Wetter. So soll das Spiel aussehen. Also ich brauche jetzt im Prinzip den Telwani Moschus oder wie das hieß. Da will ich was von haben. Ich muss mal gucken, ob das die Ausstatterin verkauft. Ich wüsste zwar nicht warum. Aber wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Weil dann kann ich mich damit einsprühen. Dadurch steigt meine Persönlichkeit. Das kann nur von Vorteil sein. So, du hast Zijama. Das gefällt mir. Das, ja, das will ich vielleicht sogar kaufen. Ich mag das. Dadurch werde ich stark. Stärke wird respektiert. So, aber ich suche Telwani. Uh, Heiltrag gegen Krankheiten. Klar. Immer her damit. Äh, ja, Telwani Käfer Moschus. Charisma um 40 Punkte gefestigt. Das ist genau das, was ich haben will. Das werde ich benutzen. Aber bevor ich das benutze, gammel ich jetzt einen Tag hier in der Stadt rum. Und vielleicht, ich kaufe mir noch, wo ist die Schneiderin? Ich kaufe mir noch neue Klamotten. Ich brauche elegante Klamotten. Das steigert auch noch mal mein, mein, ja, nicht meine Persönlichkeit, aber es steigert mein Ansehen bei ihr. Und dann werde ich einen Tag hier rumgammeln, bis meine, meine Kraft, die Stimme des Kaisers wieder da ist. Das kann ich, glaube ich, nur einmal am Tag. Denke ich. Lass uns das mal testen. Ja, ich glaube da unten, weil der Balken leer ist. Genau, ich habe das heute schon gemacht. Das heißt, ich werde bis morgen warten. Dann kann ich mir den Käfer Moschus auf den Hals schmieren und meine Stimme des Kaisers benutzen. Und wenn das nicht reicht, dann habe ich nicht, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Dann ist es vorbei. So, extravagantes Hemd. Wert 60. Extravaganter Gürtel. Extravagante Hose. Ich denke fast, das ist das, was ich kaufen muss. Es gibt noch eine teure Hose, die ist aber schlechter. Uh, teure Handschuhe. Und Amulette. Amuletten weiß ich nicht, ob die wirklich helfen. Ob die mich auch beeindruckender machen. Könnte aber gut sein. Also kaufen ein extravagantes Hemd, ein extravagantes Gürtel und eine extravagante Hose. Eine Menge Holz. Dafür kannst du meine gewöhnliche Hose haben und ähm, habe ich sonst noch was an? Anscheinend nicht. Doch ein gewöhnliches Hemd. Kannst du haben. Teures Amulett? Ja, wir kaufen ein Amulett. Ich kaufe einen Ring. Zwei Ringe. Her damit. Ich mache mich jetzt hübsch für die Frau. Und vielleicht, ja vielleicht hätte ich mir noch sowas besorgen sollen, was mich auf irgendeine Art und Weise charismatischer erscheinen lässt. Vielleicht ein Zauberspruch oder so. Aber ich fürchte, da habe ich keine Chance mehr. Da müsste ich ja nach Balmora wahrscheinlich, um so einen Zauberspruch mir zu kaufen. So, Wortgewandtheit. Ist auch demnächst dran mit Leveln. Vielleicht kann ich ja hier ein paar Leute beschweren. Uh, hallo. Vielleicht kann ich ja hier schon mal üben. Ja, bewundern. 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 Oh. Komm, du magst mich doch. Du bist so schön groß. Oh, oh. Hätte ich nicht sagen sollen. Du bist so schön dünn. Ah. Ja. Ich grabe mir ein Loch. Und verschwinde darin. Du wirst wohl nie wieder mit mir reden. Ja, mit dir will ich nicht. Ist mir nicht versauen. Das wäre wahrscheinlich sehr schlecht für mich, wenn ich da mit niemandem mehr handeln kann, weil ich mit allen Leuten es mir verdorben habe. Ach, aber ist das geil hier. Ich sollt, ich sollt, ich sollt nur noch tagsüber vor die Tür gehen. Du siehst schön aus in deiner Rüstung. Okay, okay. Ich lasse dich in Ruhe. Du siehst schön aus in deiner Rüstung. Na komm, so ist brav. Ja. Wortgewandtheit hat sich verbessert. Mögen eure Abenteuer großartig sein. Danke, danke. Nette Orgfrau. Ich hatte gedacht, du wärst ein Mann zuerst. Ja, du willst bestimmt nichts von mir. Was haben wir hier? Du bist der Händler. Der ganz normale Händler. Vielleicht kannst du mir ja helfen noch. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht genau wie. Vielleicht hast du eine neue Waffe für mich. Sieht nicht so aus. Du hast meine dunklen Bruderschaftssachen. Hast du natürlich noch. Klar. Die würde ich auch nicht hergeben. Ansonsten will ich von dir nichts. Aber ich belästige deine Kundin hier. Hallo. Du hast schöne Augen. Ah, okay. Okay, das war. Das war. Schöner Haarschnitt? Ja, Haarschnitt ist okay. Ah. Ja, mit dir. Genau. Ihr seid zu gut, Alastor. Vielen Dank. Es tut doch immer gut, wenn das Genie erkannt wird. Ja, jetzt geht's den Bach runter. Okay. Versaut. Ich werde wohl bei der anderen Frau auch ein paar hundert Goldmünzen in die Hand nehmen müssen. Habe ich alles schon gelesen. Ja, okay. Dann gehe ich nochmal zum Pfandleiher, der hier unten sich irgendwo auffällt. Wieder querfällt ein natürlich. Klar. Ja, du bist der Pfandleiher. Du hattest doch eben Erzsachen. Vielleicht hast du ja noch mehr. Ich habe letztes Mal nicht so wirklich genau geguckt, was du alles hattest. Ich gucke ja nie so genau. Aber du hattest hier ja genau, da hattest hier dieses Zeugs rumliegen, dieses Tolle. Oh ja, das da hätte ich gerne zum Beispiel. Eine Ebenerz-Armschiene. Das hätte ich gerne. Verkaufst du die? Ja, du verkaufst die für 5000 Goldmünzen. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, ich habe eine Menge Gold verbraucht. Kann ich mir nicht leisten. Das ist ja fürchterlich. Hier habe ich überall schon reingeguckt. Da war ich ja schon. Ja, klar. Dann gammel ich jetzt tatsächlich hier einen Tag rum. In der Stadt, um der Stadt, um die Stadt rum. Am 8 Uhr morgens. Wir warten 24 Stunden hier an dieser Stelle. Bis auf den nächsten Tag. So, und dann muss ich gucken, was ich mache. Ich gehe erstmal hier rein. Ja. Erstmal gehen wir hier rein. Dann schaue ich, wie die Frau auf mich reagiert. Ob ich mit meinen Klamotten schon? Ne. Keine Chance. Ich kann dich auch nicht bewundern. Kann ich dich verspotten? Nein. Also du willst mit mir nicht mehr reden. Der Zug ist total 100% abgefahren. Dann speichern wir das Spiel. Ich benutze das Televani-Moschus-Gedöns. Wo haben wir es? Da. Und steigere meine Persönlichkeit ins Unermessliche. Ha, wunderbar. Das hat schon funktioniert. Jetzt habe ich eine Persönlichkeit von...